Froschzeiten, zweiter Frühling Hey Jake, was meinst du, woraus dieser Fluss besteht? Nein, das will ich gar nicht wissen. Wieso tauchst du dein Gesicht nicht rein? Ich bin die Gallionsfigur. Dann Beulenprinzessin so, raus aus meiner Küche, Füll. Und ich frage sie, welcher Teil des Waldes ist deine Küche? Dann sie so, was weiß ich, der Wald ist halt echt groß. Huch, entschuldige Breezy, hab dich nicht gesehen. Kein Problem, Jake. Dein Kopf ist echt unerwartet weich. Das sind meine niedlichen Nackenfältchen. Was machst du hier im Fluss, Bee? Ich suche nach Gold. Gold? Gold! Vergoldest du deinen Bienenstock? Sei nicht albern, Finn. Das ist für Honigmann. Hey, wollt ihr Jungs helfen? Klaromatisch! Hey, Finn, weißt du was? Wir zwei haben echt ziemlich was auf der Pfanne. Mann, der Spruch war echt goldig. Ach, Jake, du warst schon immer mein Goldstück. Hey, warte, wir haben noch mehr. Hier für dich, Großer. Bing! Wow! Wow! Und das war noch nicht mal das Beste dran. Coole Krone, Mann. Ich könnte schwören, ich hab die Krone schon mal gesehen. Jake, wir müssen diesem Frosch folgen. Tschüss, Breezy. Was glaubst du, was passiert, wenn er die Krone aufsetzt? Vielleicht reißt er uns in einen Zeitstrudel. Hehehehe. �æ arenig. Und das war schon mal. Du weißt här, fühle ihn sich mit ihm aus. Und wir müssen uns sehen. Nur in der